Hallo und herzlich willkommen zu wieder in einer neuen Folge von Among the Sleep! Ein Spiel! Wer sich erinnern kann, da gab es ne Demo davon, da spielt man so ein kleines Baby und da kam ne Demo von ein paar Monaten daraus und ich hab's gespielt und ich glaube heute oder gestern, je nachdem wann ich diesen Part hochlaute, ist es rausgekommen und ich würde sagen Leute Hey ho! Let's play a baby! Und es gibt ein paar andere Spiele, das Spiel ist so toll! Schaut awesome! Äh ok, W-A-S-T-C-T-R-L-E Ok, I get it! Es geht los! Oh! Oh, what the fuck! Gehört das so? Das ist ... sehr hell! Baby hat LSD gefressen! Ohhh, shit! LSD, B-B on the drugs! W-W-W-W-What The-Fak, wo bin ich denn? Goldfischglas? Ah ist das ja oder ist das meine Flasche! Das ist mein Fläschchen! Da da! Da da, kaputt! Gib den Ball her! Es wird nur eine Minute sein. Mom muss nur sicher sein, dass das Kacke perfekt ist. Ich bin ein Swagger. Swagger Baby. Kapuze. Wie alt bin ich geworden? Zwei? No? Gib Kuss. Jede Mutter gibt einen Kuss, Baby. Heute wirst du zwei Jahre? Gib Kuss! Ich bin ein Mädchen? Eins, Entschuldigung. Aus dem Tunnel. Oh Gott. Jetzt kommt der Postler. Jetzt gibt es sexy Zeit mit der Mama. Oh. Oh Mama, das ist... Mama, you sexy. Yo Mama, you sexy. Oh shit, was passiert jetzt? What the fuck? Kann ich den Kuchen auch nehmen? Oh, ich kann mit denen spielen. Was passiert hier? What the fuck ist das? Das ist ein Albtraum. Mama? Alles okay? Mama? Oh shit, was ist passiert? Ich habe ein Geschenk gekriegt? Von wem? Oh, was ist denn das? Eine PS4. Warum nach oben bleiben wir hier? Da ist Kuchen. PS4. Gib, gib, gib. Gib, gib, gib. Ah! Oh Mama, oh! Wie viel Kuchen hast du? Die sagt zu einem Kind, dass es fett ist? Oh Mama. Ich würde gerne trinken. Okay. Ich habe. Oh. Na Mama nicht mehr so sexy. Eigentlich ist es lieb. Hey, was ist das? Oh, das ist mal eine geile... Das ist mal eine geile Sache, um ein Intro zu machen, oder? Also... Oh shit, da geht... Mama, da kommt die Dunkelheit. Die kriegt... Mama, da wird es dunkel. Mama, dreh dich um! Das ist echt eine geile Möglichkeit, irgendwas zu präsentieren. Mit den Schriften, die da im Hintergrund auftauchen, mit der Dunkelheit. Das ist geil. Also ich finde, das ist echt eine schöne... Among the Sleep. Oh, das ist... Ich dachte echt, dass es vielleicht so anfängt wie die Demo damals, aber... Ne? Es fängt echt komplett anders an. Und das ist echt nice. Oh, jetzt... Jetzt muss ich schlafen, oder? Geht schon schlafen? Es ist... Es ist Tag, Mama. Ich möchte noch... Oh Gott, das schauen. Okay, gib her. Eine PS4. Und ein Schwert. Kein... Ein Schwert. Ein Katana! Ein Katana! Ein Katana! Ein Teddybär! Ich wollte ein Katana! Jetzt gibt's das Geschenk wieder mit? Ey! Ich hab schon gesehen, das war kein Katana. Kannst du behalten? Ich will nur ein Katana. Oh, komm! Ich bin im Gefängnis. Goddammit. Äh! 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 Wie brech ich jetzt aus? Wie brech... Oh! Hey! Hey, Mama! Der Bär lebt! Der Bär lebt! Ich schwör's dir. Warte mal, kann ich... Kann ich was machen? Left Kick gedrückt, um Objekte auszuwählen. Ich... Schatz, ich... Das ist so lieb, wie er geht! Oder sie? So geh ich auch immer. Wenn ich in der Früh nix... Wenn ich in der Früh müde bin, dann geh ich auch so. Warte mal, ich muss hier weg. Aber ich nehm mir so einen Würfel mit... Ne, das... Ich nehm mir das Biene-Maya-Kissen nehm ich mal mit. Komm mit, Biene-Maya-Kissen. Ey! Ey! Oh, ich stecke im Biene-Maya-Kissen. Okay. What the fuck? Was war das? Kriechen geht schneller als Laufen. Verwende None, um zu klettern. Space. Okay. Okay, kann ich mein Dings mitnehmen? Bin... Ach, scheiße. Okay, kack auf Biene-Maya-Polze. Da ist eh ein Spielzeug drin. Mein Katana. Und bald bin ich frei. Komm ich da jetzt rüber? Haha! Oh Gott, das macht mir Angst. What the fuck? Ich nehm's runter. Gib her. Schau, wie ich laufe. Oh, das ist so lieb. Oh, das ist echt... Ist das lieb? Ich hab nur nie ein Baby gespielt. Warte mal hier. Kann ich mehr... Oh! Das ist awesome! Was ist das für ein Ding? Das gefällt mir besser als ein Teddybär. Die ich nehm mich mit. So. Ne, warte. Geh mal. Da, 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 da. Ich muss irgendwie rauf. Aber warte ich kann... Genau, ich kann die Schubladen raus... rausgeben. Und werden sie hochklettern. Jetzt ja auch die Tode, Motherfuckers. So. Da! Bärchen! Hatapu! Oh! Er ist weg! What the fuck? Wo ist das Bärchen? Wo ist das Bärchen? Wo ist das Bärchen? Vielleicht. Ey, der ist eigentlich creepy. Schau ihn dir an! Schau tief in deine Seele! Okay, ich nehm mal raus. Hallo! Hey, you found me. Ja. Ich... Du bist... Der Name ist... Mein Name ist Teddy. Nice to meet you. Was für ein einfallsrecher Name. Hey, what's your name? Äh... Albert. Not much of a talker yet, eh? Naja, ich hab gesagt, Albert. Was muss ich machen? Let's play a game. Okay, spielen wir's. Okay. 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 I know. I'll hide the pink Elephant while you're not looking. The... Ich hält mir die Augen zu? Okay. Da ist der... Da ist der... Okay, okay, okay. Ich hält mir die Augen zu. Ich kann anders spielen. Ich bin voll gut. Okay. Hopp. Escape. Um die... Hä? There. You can look now. Oh, David. Wo hast du den versteckt? Wo ist er? Zeig ihn mir! Wo ist er? Wo? Wo ist er? Im... Im Schrank? Äh! Weg da! Ist er... Ist er im Schrank? Oh, da ist... Dunkel... Da ist dunkles Fuck, da geh ich nicht rein. Oh, der Bär ist echt creepy. Schau ihn dir mal an. Würde ich sagen, wenn ich ein kleines Baby wäre, ich hätte schon ein bisschen Angst vor denen. Kaputt ist er auch. Die Mama schreckt mir kaputt. Teddybären. Dude, diese Mutter. Oh, da ist ne Spieluhr. Was ist da? Ne, da ist ja nix. Da ist nix. Wo... Wo ist der Elephant? Wo ist der Elephant jetzt wirklich? Oh! Da ist er! Haben! Ha! Haben! Voll easy. Give me Achievement. So, ich kann schon gehen. Give me Achievement. Wow! Ist das eine Musikbox? Ja! Ja! Die funktioniert! Die spielt Skrillex! Skrillex! Wir sehen! Wir sehen! Wir sehen! Hier! Schau wie die geht! Ich bin der Heinzer! Das ist eine schöne Melodie! Ja, ich weiß! Das Super ist es! Das Perfekt ist es! Das Perfekt ist es! Ja! Sonst hab ich nix! Ich hab nicht mal nen Fernseher! Weißt, wie scheiße es hier ist! Das hab ich noch! Der Rededing zum komischen Typen mit mir! Kackding! Brauch ich nicht! So, wo gehen wir hin? Warte! Teddy! Ich brauch nen Namen für ihn! Ne Hermes gibt's schon! Das ist ein Buch! Das ist ein Buch! Oh, das ist äh... Das ist äh... Da Bühne Meier und so ist er drauf! Das ist shit! Five thirsty animals upon a dry dry hill We could use a drink they sang and started to drill Unless we reach water with our newly dug well I think we'll have to bid each other fairly well 50 Cent Was geht? Machen wir jetzt! Tell me, tell me something! Schau mal wie ich tanzen kann! Oh! Schau dir meinen Tanzarm an! Oh! Und nach links! Und nach rechts! Und nach rechts! Und nach links! Ich hab schon eingeschaltet! Du weißt nicht! Du hast dich mal zugeschaltet! Schau wie das funktioniert! Das ist... Verwende Narn um zu interagieren! Und nach rechts! Und nach rechts! Und jetzt Godzilla! Ah! Oh Gott! Die schiebt mich weg! What the hell! Hey! Pick me up and carry me on your back! Okay! Komm her! Okay! Komm her! Da komm her! Oh Gott! Wo will er hin mit mir? Bärchen! Oh da ist's dunkel! Oh Bärchen! Ich bin dafür zu jung! Ich bin erst zwei Jahre alt! Du kannst irgendwann ahnung, können wir das machen! Aber jetzt ist doch viel zu jung! Oh Gott! Das ist creepy! Okay! Es ist dunkel! Oh Gott! Es ist dunkel! Oh! Es ist jetzt dunkel! Oh! Oh! Oh shit! Der ist echt dunkel! Wo geht's denn hin? Ja das hoffe ich auch! Oh shit! Okay! Wie drück ich dich? Jetzt ist es Zeit mehr! Okay! Warum geht man dann überhaupt dahin? Oh! Wo muss ich denn hingehen? Kann ich ihn umarmen? Da geht's raus! Hallo! Oh fuck! Ist hier dunkel! Oh! Es ist so creepy da drin! Oh! The fuck! Ist das creepy! Was ist das da? Oh shit! Okay! Ich wollte... Oh! Da sind Mäntel drin und so! Oh! Goddammit! Was mache ich denn da durch? Oh shit! Oh! Ich bin... Das ist ein Kinderspiel und ich hab Angst! Das sollte nicht so sein! Kann ich hier rauf? Oh ich glaub... Oh das ist ja richtig beruhigend! Ich seh nix! Ich seh nix! Gehört hab ich schon! Aber ich seh... Oh! Oh shit! Kann ich umarmen Pärchen? Oh! Oh Mama! Oh die Mama! Oh die Mama! Oh die Mama! Boah was Creepy Mama! Ich sag's dir! Oh! Are you playing with your new friends? Oh fuck! It was Creepy Mama! Hello Mr. Bear! Nice to meet you! How are you today? Hehehehe! You've got to stop hiding from Mommy! Oh du... Oh! Da war's dunkel! Da drin! Ich sag's dir! Ich sag's dir! Oh Gott! Oh no! Ich will nicht! Kann man doch... Kann du ein bisschen... Bisschen schauen! Dragon Ball! Ich könnt doch jetzt und morgen spielen! Oh Gott! Okay gut! Dann leg mal schlafen! Gute Nacht! Singst du mein Liedchen? Oh der ist ja creepy! Der Bear! Echt? Okay! Gute Nacht Mama! Danke! Ich bin noch wach! Geht's nicht mehr! Okay Leute! Das war's mit dem ersten Part von Among the Sleep! Es sieht echt hammer cool aus! Und... Oh ich weiß nicht! Ich bin echt... Ich bin begeistert! Ich bin sehr angetan von diesem Projekt! Mir gefällt es sehr sehr gut! Und ich hoffe euch auch! Wenn euch das Projekt oder das Video gefallen hat und ihr wollt mehr davon sehen könnt ihr mir einen Daumen hoch geben oder einen Kommentar schreiben! Ansonsten danke ich recht herzlich für das zu... Ansonsten danke ich recht herzlich für den Support! Wir sehen dich! 3... 2... 1... Ciao! 2... 3... 3... 2... 1... 2... 3... 4... 6... 4... 4... 5... 3... 5... 5... 6... in space